Freunde, heute müssen wir Chase aus Paw Patrol retten! Denn Chase ist gerade auf einer Mission, aber was er nicht weiß, ist, dass ihn dort ein böser Wissenschaftler erwartet! Der Chase zu einem Monster machen will, um die ganze Welt zu zerstören! Nein, bevor Chase auf die Falle vom Wissenschaftler hereinfällt! Schnell! Wenn Chase kommt, werde ich ihn in diese Falle reinlocken und mich als Oma ausgeben! Ich werde ihn zu einem bösen Monster machen! So, Freunde, ich muss mich beeilen, ich habe einen neuen Auftrag! Ich muss eine Oma retten, ich werde zur Not kommen! Oh nein, da ist er schon! Schnell als Oma verkleiden! Zack, 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 zack! Schnell, okay, Behandlung, bevor es zu spät ist, wir müssen Chase retten! Ich rette sie, alte Dame, kein Problem, ich komme! Ha, was ist das Problem? Hilfe, Hilfe, meine Küche brennt! Ich helfe dir, kein Problem! Oh, danke, du bist der Beste! Der wird gleich in meine Falle treten! Hilf mir, komm mit zur Küche, schnell! Kein Problem, ich werde dich retten! Ich habe extra Feuerleucht dabei! Ah, au, ah, nein! Ha, Hilfe! He, he, das hast du davon! Jetzt werde ich Experimente an dir durchführen! Du wirst zum bösen Chase! He, he, he! He, he, he! Und keiner kann mich daran hindern! Nein, bitte nicht! Oh nein, Aua, das war eine Falle! Ich habe doch nichts getan, ich wollte doch nur die Menschen retten! Die arme Oma! Schnell, okay, ich glaube, Chase war doch nicht hier! Wir müssen ihn warnen, dass es eine Falle ist! Ja, wir müssen ihn warnen, dass der Doktor, dieser böse Wissenschaftler, sich nur als Oma aushebt! Ja, müssen wir machen! Und hier vorne sollte es sein! Warte mal, was ist hier denn passiert? Siehst du das hier unten? Nein! Nein! Die Falle ist schon ausgelöst worden! Ich glaube, wir sind zu spät! Das heißt, Chase ist richtig böse geworden, oder nicht? Ich soll mir mal ganz gut reingucken! Oh nein, Chase, der arme Chase! Freunde, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät! Und, nein, seht ihr das? Hä? Wo ist, wo ist Chase? Oh nein, Freunde, sagt mir nicht! Dr. Pupsikopf hat ihn böse gemacht! Hä? Hä? Wer bist denn du, bitte, Herr? Aber egal, was du jetzt tun willst, es ist zu spät! Ich hab's vollendet! Ich hab Chase böse gemacht! Hä? Hä? Oh nein, das kann nicht wahr sein! Ich werd dich kriegen! Komm schon her, Mann! Oh nein! Komm schon, Chase! Hilf mir! Er wird dir nicht helfen! Er ist nicht böse, Dr. Pupsikopf! Oh, bist du dir sicher? Schau dir das, Mann! Hä? Hä? Mein Experiment! Und jetzt viel Spaß mit ihm! Hä? Hä? Ich versuch, ihn aufzuhalten! Hey, bleib stehen! Komm schon, Ugrin, du schaffst das! Oh, Mann, ist mir gekommen! Hä? Er ist in geheimen Gang gegangen! Ich hab Angst, da reinzugehen! Wo ist denn jetzt, bitte sehr, aber Ugrin? Da vorne! Hä? Schau mal, Ugrin, komm mal her! Hä? Was ist, bitte sehr, bitte... Was ist mit Chase passiert? Ugrin, ich hau ihn dir nicht an! Oh nein! Ah, lass uns verstecken, lieber! Ich glaub, der ist nicht mehr so nett! Äh, Ugrin, wir müssen ihn wieder lieb machen! Und der ist bestimmt nur so äußerlich, aber innerlich, ich sei bestimmt noch lieb im Herzen! Hm, vielleicht so, Lucky, aber vielleicht auch nicht und vielleicht will der uns aufessen! Äh, Chase, hallo! Geht's dir noch gut? Äh? Hallo? Äh, ja? Äh, wie, wer bin ich? Ich bin so, Lucky! Ich bin so, dass du Angst hast! Hahaha! Äh, was? Ich? Ja, ich hab ein bisschen Angst! Liegst du vielleicht, dass ich zu dir komme und dir die Angst nehme, indem ich dich aufesse? Ah, nein! Stopp, 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 stopp! Ey, du bist doch Chase von Paw Patrol! Du bist doch richtig lieb, du rennst immer Leute! Warum bist du jetzt so fies? Was ist mit deinen Augen passiert? Hm, ich will die ganze Welt zerstören und jeden Menschen erledigen! Ich bin nicht mehr nett! Ich bin böser Chase! Also, ich werde euch beißen und verfolgen, rennt lieber weg! Oh nein, Uri, es ist gerade dran, schneller, komm, komm, schau! Ah, schnell weg! Ey, hast du gehört, der will uns auffressen! Der will die Welt zerstören, nicht für uns auffressen! Schnell weg, ey! Der hat sich auf der Welt auffressen! Der verfolgt uns! Junge, ey, hier siehst du wie der aussieht, Junge! Der ist jetzt zum Dämonen geworden, Uri, wir müssen ja abhauen und zur Sicherheit kommen! Warte mal, was ist das hier bitte sehr? Oh nein, Sackgapfel, mal wieder rein! Ne, keine Sackgapfel, Uri, öffnet das, pack! Joll, was ist das passiert? Joll, Chase, du kriegst uns niemals! Schnell, schnell ab, komm! Wir haben es geschafft, Uri! Was? Ey, der will da durchkommen! Ey, Joll, Chase, du kriegst uns niemals! In 10 Minuten komme ich, ich hole richtig viel TNT und spreng das auf! Was? Was hat er gesagt? Uri! Oh nein, oh nein, das ist gar nicht gut! Ey, der rennt jetzt weg, Uri, schau dir das mal! Der rennt weg und holt TNT, Uri! Nein, wir müssen schnell hier verschwingen! Das ist gar nicht so schnell abhauen! Äh, hä, wo sollen wir hier abhauen, Uri? Uri, schau dir das mal an! Wir sind umgeben von Bergen! Wir kommen hier gar nicht mehr weg, Simlaki! Nein, das ist gar nicht gut! Aber, hä, Uri, schau mal hier! Hä, was ist das? Junge, ist ein Haus? Äh, aber, Uri, da sind wir doch gar nicht in Sicherheit! Was machen wir denn jetzt? Oh nein, das kriegt der doch mit TNT easy auf, oder nicht? Was sagst du, Simlaki? Äh, du hast recht, Uri, das Haus ist gar nicht sicher! Wir müssen ein sicheres Haus bauen! Und was sind das hier für Kisten? Hm? Ist da irgendwas drin? Äh, nein, da ist absolut gar nichts drin, Uri! Ey, wir müssen ein sicheres Haus bauen, damit wir vor Chase Paw Patrol überleben können! Die Realien, Simlaki-Kacki! Ey, Uri, hör auf mich zu beleidigen! Keine Zeit für Streitereien! Okay, das war nur ein Prank, der zu weit ging! Aber womit wollen wir ein sicheres Haus jetzt bauen? Junge, du hast recht, in den Kisten ist gar nichts drin! Ey, ich hab eine Idee! Ey, Freunde, lasst jetzt allen ab und like, damit in den Kisten richtig krasse, super Verteidigung und P-Kasten-Items drin sind! Ganz genau, zum Beispiel Badrock und Stacheln und Fall und alles drum und dran, damit wir Paw, damit wir Chase besiegen können! Au, ja, ihr habt drei Freunde, dann habt ihr gesehen, wie gruselig der Aussage war? Mann, der war doch so lieb! Was hat dieser Dr. Pupsikopf mit dem angestellt? Lasst jetzt alle sofort ab und like da in 3, 2, 1 und 0! Ich glaub, er hat ihn mit Pupsi infektiert! Was? Oh, nein, das ist gar nicht gut! Alle like abonnieren! Kommt schon, ey! So schnell, damit wir gerettet werden von euch, bitte! Ey, ich glaube, da sind jetzt richtig krasse Items drin, wenn die Leute ein Like und ein Abo dagelassen haben! Oh, Mann, bist du dir sicher? Aber ey, wenn die noch keine Like dagelassen haben und wir die Kisten öffnen, dann ist da nichts drin! Dann sind da zu wenige Items drin, dann werden wir nicht überleben! Ey, Freunde, jetzt unbedingt und wir schauen jetzt in die Kisten rein, okay? Jetzt oder nie, jetzt oder nie, aber wir gehen drauf! Kommt schon, let's go! Und zack, ich guck mal rein! Lol, hier sind Items drin! Lol, Alter! Ey, schau mal an alle Kisten! Wow! Schau mal, ey, okay! Nein, warte mal, guck mal hier rein! Lol, Alter, was ist denn das Scheiße? Ey, so ein Gatti! Was ist das denn? Das ist ein Schlau? Warte mal, ich platziere das mal, okay, okay? Äh, okay! Alter! Junge! Ey, okay, 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 weißt du was? Wir bauen jetzt das sicherste Haus! Wir bauen das ultra-OP-sichere Haus! Wir haben hier richtig krassen Materialien! Einfach Badrock und Obsidian! Okay! Super sicher, Junge! Ey, hast du nicht... Denken wir genau dasselbe? Äh, ja, ganz genau, wir machen das ganze Haus aus Badrock! Wir werden jetzt genau alles aus Badrock und Obsidian machen! Denn ihr wisst ganz genau, wir müssen das Haus jetzt upgraden, damit das viel krasser wird! Denn Holz ist richtig schlecht, Freunde, das kann der easy kaputt machen mit seinen Pfoten! Wir müssen hier bessere Materialien platzieren! Zack, ich platziere hier Obsidian! Wir machen Badrock-Obsidian-Schicht, Ugrie! Wow, let's go, Junge! Ey, soll ich doppelte Schicht machen, Bro? Ey, sollen wir... Ey, Ugrie, Junge, da kann keiner mehr reinkommen! Aber, Ugrie, ich glaube, der kann da noch immer durch unsere Türen kommen! Aber lass uns erstmal hier alles sicher machen! Wow, ich meine doppelte Schicht, Bro, guck mal hier! Wow, Alter! Ja, okay, Ugrie, lass uns machen! Auf Badrock-Obsidian und auf Obsidian-Badrock! Lol, Alter, wie OP ist das denn? Bitte sehr, okay, machen wir das so, guck mal! Hier, warte mal! Zack, lass dir kaputt! Ey, das kommt mit Explosionssicherheit alles, Bro! Obsidian! Hier, Badrock! Bro, niemand kann das abbrauchen! Nicht mal die Herobein selber! Ey, Junge, ey, Freunde! Ey, ich würde sagen, wir machen das jetzt zu Ende! Dann sehen wir uns gleich wieder, oder machen wir weiter, Junge? Wie bei krassen Sündernisse bauen wir uns am Ende! Sehen wir einen Fight gegen Chase aus Paw Patrol! Oh, ja, Freunde! Wir sind einfach fertig, Ugrie! Schau dir das, Mann! Junge, was wir gezaubert haben! Wow, wir haben einfach das Kreuz von Obsidian-Grundstein-Haus gebaut! Was ist jemals existiert, Junge? Ja, ey, du hast so recht, Ugrie! Schau her! Ey, lass uns mal in die Mitte gehen, da sehen wir einfach! Das hat eine Doppelschicht, Freunde! Guckt euch das mal! Einfach Doppelschicht! Ey, wie will bitte der Chase dieses Teil hier zerstören, Junge! Niemals kommt er da durch! Ey, auf keinen Fall! Ugrie, aber... Er reicht auch kein TNT, Bro! Ich glaube, der kann das schon schaffen, Ugrie! Hast du mal gesehen, wie der aussah? Oh, Mann, aber warte mal! Ich glaube, hier durchkommt er nicht! Aber der kann safe durch die Türen zum Lacken! Stimmt, du hast recht! Ey, lass uns diese Türen direkt kaputt machen, Ugrie! Wir brauchen bessere! Okay, lass uns hier in den Kist nach Türen schauen! Und gibt es hier irgendwas? Lol, hier gibt es richtig krass Items! Oh, ich habe Türen gefunden, Ugrie! Ey, schau mal, wie viele wir hier haben! Schau mal, Ugrie, ich droppe die welche! Ey, sollen wir mal platzieren? Die benutzen wir, Junge, die sind safe richtig krass! Ey, lass mal gucken, wie krass die sind! Lol! Ey, schau mal, Ugrie! Oh! Die sehen sogar so doppelt auf, Junge! Ja, schau dir das, Mann! Boom! Ey, die können uns einfach so ausfahren! Und Ugrie, die gehen nur auf, wenn wir die angucken! Weil, guck mal, hier, das sind einfach solche Scanner! Die scannen unsere Augen! Wow, let's go! Oh, da kommt der hier niemals durch! Ey, ha ha! Guck mal, die sehen richtig sicher aus! Weißt du was, Ugrie? Weißt du was? Wir haben eine Doppeltür! Ja, weil wir doppelt Schutz haben! Weil wir Doppelwände haben, können wir auch einfach Doppeltüren machen, ne? Let's go, Junge! Zack, zack! Boah! Doppelt sicher! Junge, das ist so krass, Ugrie! Jetzt müssen wir nur noch von außen das Haus auch noch verteidigen, damit der da nicht drankommt! Denn du weißt nie ganz genau, ob der das zerbrechen muss! Deswegen müssen wir noch mehr Sicherungsmaßnahmen ergreifen! Stimmt, wir bauen noch ganz viele Fallen hin, oder nicht? Ja, ich hab ne Idee! Und gleich werden wir uns auch noch ausrüsten! Schau mal! Ey, hier sind einfach Laser, Ugrie! Ich nehm mir ein paar mit, Ugrie! Bam, bam, bam! Ich nehm mir jetzt richtig viele und... Lol! Alter! Okay, okay, ich hab ne Idee! Als allererstes werden wir diesen Zaun hier nehmen, Ugrie! Ich dropp dir auch mal ein bisschen hier, guck mal! Hier nehmt ihr auch was! Und das platzieren wir jetzt hier überall, okay? Okay, Simnaki, machen wir so! Boah, schau das, Mann! Das ist einfach Stacheldraht, Ugrie! Alter, man kann die sogar voll cool platzieren, siehst du das? Ja, sehe ich auch gerade, aber... Hä? Warum klappt das jetzt auf einmal nicht mehr? Doch, guck mal! Ey! Hä? Für P's hast du ein bisschen... Ey, ich platziere hier immer mehr, okay? Zack! Hier noch was! Oh, Junge, der ist echt PZ, Ugrie! Let's go, Junge! Wir machen hier eine richtige Mauer hin, okay? Ja, Ugrie, komm, lass machen! Zack, hier noch mehr Stacheldraht hin! Ey, Freunde, das wird so P, ihr wisst gar nicht! Zack, wir platzieren jetzt hier überall, guckt euch das, Mann! Wow, Alter, meine Füße tun so weh, Ugrie! Ah! Geh doch nicht auf das Stacheldraht! Ah, Ugrie, au, au, au! Der Junge, der ist echt weh! Wow, let's go, Freunde! Wir sind fertig! Schau das, Mann, was wir hier jetzt gebaut haben! Wow, Alter, wie groß ist das bitte? Sehr, Ugrie, viel Stacheldraht! Verrückte, wir haben keine Zeit, uns das zu bewundern! Er kommt doch in ein paar Minuten! Ey, Freunde, ey, der kommt in zehn Minuten, hat er gesagt, Ugrie, ne? Der Stacheldraht wird ihn auf keinen Fall aufhalten! Ja, du hast recht! Ey, wenn zehn Minuten das waren, dann haben wir jetzt wahrscheinlich nur noch so fünf Minuten Zeit, ne? Fünf Minuten sind schon vorbei, Ugrie! Okay, lass uns die Laser platzieren! Komm, schau, 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 schau! Ey, Ugrie, platzier du die Laser, ne? Und ich, ich hol mir, derzeit guck ich mir hier alles an! So, was gibt's hier denn noch? Leute, eine Security-Kamera! Eine Kamera! Warte mal, die platziere ich hier außen, damit, wenn wir im Haus sind, auch alles von außen beobachten können! Ey, ich mach die ganz hier außen hin! So, bam, da seht ihr die bestimmt nicht! Guck mal, die tarnen sich hier im Bedrock! Und schau, lass uns das mal an, Freunde! Wenn ich da jetzt drauf drücke auf den Monitor, dann kann ich alles beobachten! Ugrie, äh, Junge, ich kann jetzt alles von außen beobachten! Ugrie, komm mal vorne hin! Siehst du auch mich, Simlaki? Äh, nee, ich seh dich nicht, Ugrie, wo bist du denn bitte sehr? Hä? Warte mal, ich komm nach vorne! Und siehst du mich jetzt? Äh, ja, Ugrie, ich seh deinen Fettarsch! Äh, Simlaki, wo ist die Kamera? Warte mal, warte mal, ich komm zu dir und hau dich kaputt! Äh, was, du hast dich nicht gesehen? Ah, Ugrie, was machst du, Junge? Ey, es ist richtig ein Bug, Alter! Okay, Ugrie, yo, schau mal! Junge, was ist hier für Ausrüstung drin? Yo, wey! Ugrie, okay, ich hab was! Was? Ugrie, und was ist das bisher? Oh nein, Ugrie, ey, guck mal in die Kiste, komm mal zu mir, Ugrie, komm mal unbedingt zu mir! Alter, hier ist richtig krass eine Rüstung drin! Schau mal, Ugrie! Jo, schau mich mal an, Ugrie, wo bist du? Loll! Wow, Ugrie, wo bist du? Alter, du bist ja auch schon drin! Ey, hast du die gerade auch die Rüstung angezogen? Alter, hier auch welche! Wow, ist die krass! Junge, schau dich jetzt mal an! Ey, das ist mega OP! Ey, okay, weißt du was? Ich zieh die jetzt erstmal aus, Ugrie, ey, wir haben da sogar noch andere Items rein! Ich mach die hier rein und dann werden wir mit den Items gegen das Chase kämpfen, okay? Wow, ey! Ey, da ist ein Jetpack drin, so Blaski! Ja, hab ich auch gerade gesehen, da waren auch viel krassere Sachen drin, die ich hier jetzt nicht zeige, Ugrie, die gehören nämlich mir, ne? Hey, warte mal, wie können wir dieses Jetpack benutzen, so, okay? Ey, das ist ultra OP, Ugrie, und ich hab gerade diesen Apfel gegessen! Ey, Ugrie... Warte mal! Äh, was ist los? Alter, du weißt gerade, was ich gerade mache, Junge! LOL! Ey, ich zieh's gerade auch! Huh? Schau dich das mal an! Wir können einfach fliegen, Ugrie! Hey, warte mal, du bist bei mir unsichtbar! Äh, ich... Ja, Ugrie, ich hab diesen OP-Apfel gegessen, Alter, aber schau mal, wie cool das aussieht! Boom! Haha! Ey, wir können einfach fliegen! Ey, du weißt, was heißt, wenn wir diesen Apfel essen und uns unsichtbar machen können, dann können wir uns einfach verstecken, falls der hier irgendwie durchkommt! Und dann können wir gegen Paw Patrol Chase kämpfen! Ja, ganz genau, wenn wir unsichtbar sind, dann kann er auch nicht uns sehen und nicht kämpfen gegen uns! Ja, du hast recht, guck mal, wir können so cool fliegen! Ey, der wird uns niemals kriegen, aber du weißt ganz genau! Ey, Paw Patrol Chase, der hat richtig krasse OP-Fähigkeiten, ne? Der ist ein richtig krasser Polizeihund, Ugrie! Hm, stimmt! Das heißt, wir müssen hier noch ein paar Pfeilen hinschauen, oder? Guck mal, was ich auch noch hab! LOL, ich hab so einen Zauberstab! Ja, ich test mal aus, dass die können! Warte mal, das ist... LOL, ey, mit dem kann ich mich einfach teleportieren! Wie krass das denn bitte ist der? Und was kann der... Äh, okay, Ugrie, kann ich mich mal ganz kurz an dieser austesten, bitte? Ja, okay, ich test aus. Und zack! Äh, warum hab ich den getroffen, Ugrie? Fieh ich damit und bam! Ey, Ugrie, stimmt, du bist ja in meinem Team! Und wow! Äh, warte mal, was ist das bitte sehr? Wow, Feuerkugel, oder was? Ja, wow, Alter, Ugrie, Junge! Was ist das für Feuerkugel? Jo, wie viel schießt das bitte sehr, Freunde? Was, Junge, was ist das bitte sehr? Wow! Alter, Freunde! Ey, das ist ja Ultra-OP! Okay, Freunde, äh, das ist ein bisschen zu krass! Okay, Freunde, wir packen das wieder rein und gleich werden wir die ganzen Items noch weiter austesten. Jo, die sind so OP, ich sag's dir. Jetpack nehmen wir mal mit, weil das kann ganz nützlich sein. Ugrie, ey, schau jetzt in die anderen Küssen. Lol! Hä, siehst du's auch? Ja, also ich mag schon mal, was ich hier schon habe. Ich hab hier so ne Säure mitgenommen. Und jetzt haben wir so ne sichere Grube, okay? Junge, das ist richtig giftiges Wasser, Ugrie! Ja, und das können wir jetzt, guck mal, das passieren wir jetzt hier unten, dann kommt der, wenn der, falls der versucht, die durchste kommt, fällt der jetzt giftige Wasser. Und zack! Ja, du hast doch recht, Ugrie! Ey, guck mal, das Wasser, das ist einfach, das ist so richtig grün, so richtig ekelhaft, Ugrie, da ist bestimmt Gift drin. Junge, da ist bestimmt Pupsi von Billy drin oder so. Hä? Junge, was redest du, Ugrie? Als ob das Pupsi von Billy so viel Schaden macht. Okay, Ugrie, ey, wir sind fertig, ne? Wir müssen überall das giftige Wasser platzieren und jetzt ne ganze Umrandung machen, die ganzen Graben. Ey, geh mal rein, Marc, geh mal rein. Na, ich geh auf keinen Fall rein, Ugrie, du kannst ja gerne reingehen. Okay, Bro, ist bestimmt lecker. Guck mal, sieht das aus wie Apfeljuice, wie Apfeljuice drauf. Wie Apfeljuice? Ist das auch lecker, Ugrie? Na, wie geht's dir da drin? Ja, mir geht's gut, so. Äh, Ugrie, bist du sicher, ey? Junge, was passiert mit dir? Okay, ich sehe nichts mehr, Bro. Ugrie, Alter, alles gut mit dir. Oh nein, oh nein, Ugrie, ey, wir müssen Ugrie, ich kann schnell helfen. Das Milch einfach, das Milch einfach, Ugrie, komm schnell zu mir, komm schnell zu mir, Ugrie. Junge, was machst du da? Komm, trink diesen Milch einfach, trink diesen Milch einfach schnell, Ugrie. Junge, Alter, Ugrie, geht's gar nicht gut. Ey, du gehst gleich drauf, Ugrie. Okay, jetzt geht's mir wieder besser, Alter. Junge, Alter, ich hab grad richtig schwarz im Auge gesehen. Junge, warum tust du auch in dieser giftigen grünen Säurebahn? Oh, Mann, Samluck, ich weiß auch nicht, was mit mir falsch gelaufen ist. Junge, das hat mich irgendwie an Äpfel erinnert, Bro. Ich weiß auch nicht, warum. Nein, das sind gerade sicher keine Äpfel, Ugrie. Weißt du was? Egal, wir machen jetzt hier weiter. Und was ist das hier bitte? Lass uns das mal austesten, weil ich nehme uns hier noch mehr Items raus. Wir haben Bad Rook, haben wir schon... Lol. Ich glaube, hier gibt's so einen Wagen oder so. Ey, lass... Lol. Alter, Ugrie. Bazooka. Lol, Bazooka und Laser. Laserwaffen. Ey, wie krass das bitte sehr. Okay, wir müssen auch krassere Sachen. Ey, damit kann man sich kleiner und größer machen. Ey, lass uns das auch austesten. Warte mal, ich nehme mir hier alles mit, Ugrie. Haben wir auch was für dich? Und Min. Und sogar Knochen. Ey, warte mal, Ugrie. Ey, wir testen, wir bauen jetzt hier alles auf. Okay, wir müssen bei... Wir haben nur drei Minuten Zeit, Ugrie. Junge, hör auf zu schießen, Ugrie. Ich schieße hier auch ab. Bam. Haha, getroffen. Ey, Samaki, pass auf, Junge. Das willst du nicht in dein Gesicht bekommen, oder? Okay, alles gut, Ugrie. Okay, wir testen das mal beim Haus aus und... Wow! Alter! Äh, Ugrie, äh... Wow! Ich glaube, damit sollten wir lieber nicht spaßen. Nicht rumspielen. Ja, ganz genau, Ugrie. Ey, du sagst, du bist verrückt, Junge. Ja, bist du verrückt? Stell dir vor, da war ein Mensch, Junge. Oh nein! Oh Mann, ey, Ugrie. Du bist echt verrückt gemacht. Ey, du weißt ganz genau, in den Häusern, da lebt niemand mehr. Junge, du hast gerade selber drauf gestoßen. Weil Chase gerade jeden Menschen aus seiner Wohnung treibt. Der macht hier die Hölle, als der wollte die ganze Welt besiegen. Aber, Ugrie, weißt du was? Ey, okay, Ugrie, wir brauchen eine Fluchtbahn, das heißt, wir müssen jetzt auf Fahrzeuge platzieren. Ich glaube, das ist ein Fahrzeug. Ja, schau mal. Ey, das sind Fahrzeuge, Ugrie. Ey, was wird aus deinem Box rauskommen? Warte mal. Okay, ich platzieren alle erstes und... Let's go! Wow! Alter, schuldig das, Mann! Junge, damit werde ich einfach entkommen, Mann. Torad, Junge. Ugrie, platzieren du... Äh, Ugrie? Ich kann hier echt krass entkommen, Junge. Ja, Ugrie, du bist ja echt hier. Du, was hast du da bekommen? Wow, Junge, was ist das Bild dieser Ugrie? Ey, aufpassen, auf! Ey, Freunde, Ugrie, Alter, übertreib mal nicht! Ja, was machst du da? Äh, puh, das war knapp. Zum Glück bist du auf dem Sofa gelandet. Oh yeah, Bro, zum Glück, Junge. Aber das ist viel besser als dein Motorrad, du kleiner Nub. Hey, nein, Ugrie, mein Motorrad ist viel cooler, weißt du was? Ey, ich gehe jetzt hier wieder hin, Ugrie. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen jetzt sofort weitermachen, Ugrie. Ey, vergess das doch nicht. Okay, Simlaki, bau du weiter. Ich fahre hier mit meinem richtig coolen Teil. Ey, Ugrie, gleich kommt Chase. Oh nein, Simlaki, ich sehe ihn schon. Hä, wie du siehst ihn? Ey, Ugrie, beobachtest du gerade oben, oder was? Ja, ich beobachte ihn, Junge. Ey, Ugrie, das ist keine Fakten. Wir müssen jetzt versuchen, dass Chase uns nicht kriegt, Ugrie. Und deswegen, ey, ich habe eine richtig gute Idee. Schau mal, was das ist. Ey, geh da mal drauf, Ugrie. Lol, hä? Was ist da? Oh, wie kann ich da vorne rennen? Du kommst da gar nicht mehr drauf. Wow, ey, guck mal, wie schnell du weggeboostet wirst. Aber jetzt müssen wir jetzt in die andere Richtung platzieren, Ugrie. So, bam. Ey, mach es einfach in die andere Richtung, Ugrie. Guck dir das mal an. Lol. Ja, da kommt Chase gleich zu uns. Was will der machen, Junge? Hä, guck mal, wenn er hier reingeht. Junge, der kommt einfach nicht nach vorne. Bam. Egal, wie schnell er ist. Der ist ja ein Hund. Der ist ein bisschen schneller als wir Menschen. Aber, Junge, der wird sich niemals im Leben nach vorankommen, Ugrie. Ist das schon klar, ne? Ja, der ist viel zu dumm dafür. Junge, das ist voll die krass Falle. Aber, Ugrie, ich habe noch viel krasseres, ne? Aber so, dass passiert, wie der drüber springt. Äh, stimmt, Ugrie. Du hast recht. Ey, dann ist der Stacheldraht dort, ne? Ja, egal, dass wir das einfach größer machen, oder? Das ist voll die gute Idee. Ja, ey, können wir auch machen. Ey, der wird sich niemals sehen. Der wird sich gegen gehen und dann, boom. Ja, fliegt er bis nach Amerika. Und, Ugrie, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ey, ich weiß, was wir jetzt machen. Guck mal, ey, ich habe hier einfach... Junge, da waren Knochen in der Kiste. Lai, was sollen wir mit den Knochen, Simlaki? Ich habe eine richtig gute Idee. Ey, wir platzieren die einfach. Und du weißt ganz genau, Hunde mögen richtig krass Knochen. Ah, okay, verstehe, Simlaki. Und dann locken wir ihn an und machen doch eine Falle. Ja, 100%, Ugrie. Guck mal, wir machen jetzt hier überall Knochen. Und wir machen so eine kleine Spur, okay? Guck mal, hier ein Knochen, hier ein Knochen, bam, bam, bam. Immer mehr. Und am Ende... Ey, wir platzieren daneben einfach eine Mine. Ey, nicht drauf treten, Ugrie, auf keinen Fall. Okay, ich passe auf, Simlaki. Alles gut, Junge. Ich passe auf. Ey, wenn er da drauf tritt, was passiert dann, Simlaki? Ey, wir machen dann so... Äh, Ugrie, ich sage dir ehrlich, dann kommt... Größte Explosion, so wie bei Raketenwerfer. Oh nein, Simlaki, das will ich nicht miterleben. Dieser Knochen... Ey, und weißt du was? Hier sind da Minen und da machen wir dann noch mehr Fallen hin bei diesen ganzen Knochen, Ugrie. Komm, ich kann schnell hier drüber, bam. Ja, das ist so krass, Junge. Ey, ich gucke jetzt in die Kiste. Yo, Bro, wir brauchen unbedingt noch einen geheimen Ausgang, oder? Nicht, Simlaki? Ja, brauchen wir wirklich... Und das ist doch eigentlich schon eine richtig gute Idee, Ugrie. Aber als allererstes, wir brauchen noch mehr Fallen. Gibt es hier noch irgendwo Fallen? Äh, nee, gibt es nicht mehr. Doch, hier, hier gibt es noch mehr Fallen. Ey, wie krass, hier gibt es sogar Fake-Grass. LOL. Und sogar noch hier Spikes und so. Voll die krassen OP-Alten. Warte mal, die testen wir gleich alle, Ugrie. Aber erstmal, lass uns hier rüber gehen. Und ey, Ugrie, ich platziere jetzt einfach hier noch so eine Bärenfalle, Junge. Nur wenn ihr da drauf tappt. Das piekt richtig, Simlaki. Und hier mache ich einfach so ein Gefängnis hin. Warte mal, was machen wir hier noch hin? Ey, hier machen wir ganz viele Stacheln. Junge, der würde sich so aufregen. Simlaki, schau mal hier vor. Ja. Lass mal direkt hier am Anfang, direkt hier so eine unsichtbare Falle hinbauen. Aber warte mal, in so eine Falle ist er doch schon in ihm reingefallen, oder nicht? Ey, ja, ist ja. Ich glaube, der fällt da nicht noch mal drauf rein, Ugrie. Egal, wir brauchen hier trotzdem hin. Ey, komm, wir machen trotzdem hier eine Falle hin. Bab, ey, Ugrie, aber du musst auch unten Stacheln platzieren, ne? Ich habe Stacheln platziert, Ugrie. Oh, muss jetzt hier rüber? Nicht reinfallen, sie machen. Pass auf. Okay, richtig aufpassen. Junge, der würde da direkt reinfallen, was direkt beim Eingang. Der würde damit niemals rechnen, Ugrie. Ey, lass uns hier rüber. Ich habe eine richtig gute Idee. Für OP-Ausgang, okay? OP-Ausgang, Ugrie. Okay, so Lucky, let's go. Weißt du, ich habe immer mal eins für dich platziert, zum Flugzeug. Junge, Ugrie, das brauchen wir nicht. Weißt du was? Ey, wir nehmen einfach am Ende uns einen Lambo und werden damit abhauen. Oder uns einen Cyborg-Maschinen-OP-Titan. Oder wir machen uns super klein und dann gehen wir so durch so ein kleines Loch auf die Herstelle. Ey, Freunde, nämlich schaut euch das mal an. Das haben wir auch in unseren Kisten. Ey, Leute, ihr habt uns so krasse Sachen gegeben. Ich sage euch ganz ehrlich, ihr seid die Besten. Wir machen uns jetzt ultra klein und werden dann einfach abhauen, Ugrie. Denn, guck mal, mit diesem Item. Guckt euch das mal an. Könnt ihr einfach ultra kleine Löcher machen. Guckt euch das mal an. LOL, guck mal, Ugrie. LOL. Ey, lass mal ganz unten. Das sind wir so wie Mäuse, Ugrie. Checkst du? Aber wir müssen erst mal klein werden. Wie klein, Bro. Ja, ich zeig's dir, Ugrie. Guck mal. Ey, nimm mal das in die Hand, Ugrie, dieses rote Teil hier. Guck mal. Ugrie, guck mal auf mich. Und jetzt drückt man nochmal hier drauf. Wer wird noch kleiner. Und jetzt werden wir noch kleiner, Ugrie. Wow. Guck mal, wie klein ich bin. Wow. Der wird uns niemals so finden, Freunde. Und jetzt machen wir hier alles kaputt. Jetzt machen wir hier ein ganz winziges, kleines Loch, Freunde. Guck mal, ich kann hier einfach rein. Hey, wie krass das mit dieser... Junge, der wird hier niemals reinfinden. Aber du hast doch ganz genau... Hunde haben voll die gute Nase, Ugrie. Ja, stimmt, Junge. Die haben so eine gute Nase. Aber weißt du was? Das heißt, die können es immer riechen, Ugrie. So klein wie wir sind, Junge, riechen die uns nicht. Hey, du hast recht. Ugrie, dich riechen die bestimmt, Junge. Du stinkst nach Pups, die Ugrie. Ey, dein Ernst, Lucky? Ja, mein Ernst, Ugrie. Schau mal. Leute, du kannst dich einfach hier durch. Ugrie, guck mal, ich mach mich jetzt wieder ganz riesig. Bam! Oh, guck mal. Ja, wie krass das ist. Ey, geh da noch mal rein, Ugrie. Noo. Ey, Tumaki, komm mal durch. Wir müssen hier noch einen weiteren Eingang bauen. Hä, wie einen weiteren Eingang? Was meinst du, Ugrie? Ja, du weißt, was ich meine, Junge, oder nicht? Guck mal hier. Wir müssen hier einfach so eine Brücke bauen. Eine ganz kleine Brücke. Noo, eine ganz kleine Brücke. Nein, Ugrie, du machst das falsch. Aber wie machen wir eine super kleine? Wie machen wir eine super kleine? Ey, ich zeig dir, wie man das macht. Ja, Ugrie, ich zeig dir, wie das geht. Guck mal, du platzierst hier einfach ganz kleine Blöcke. Lo, guck mal, wie krass das ist. Ey, und jetzt bauen wir hier eine Brücke rüber. Loool. Haha. Alter, Ugrie, stell Hilfe mir aus, Ugrie. Puh, war das knapp, ey. Ich glaube, mir ist noch nichts passiert, Ugrie. Junge, wir müssen jetzt hier einfach rüber bauen, ne? Ey, wie macht man das überhaupt? Ja, Ugrie, ich verrate dir nicht meine geheimen Tricks, ne? Ah, ich bin schon wieder eingefallen. Pass auf, bevor du eine Infektion einfängst. Alles gut, Ugrie, ich baue mich jetzt hier rüber. Da ist Winzling, kriege ich kein Gift, Junge. Guck mal, hier, ich baue mich jetzt wieder hier so, zack. Jetzt haben wir eine winzig kleine Brücke. Warte mal, ich schaue mir das mal an. Und? Stell dir das mal an. Ey, Ugrie, brauchen wir gar nicht. Wir können es hier einfach wieder riesig machen. Hä? Ja, stimmt. Alter, so lost. Junge, du nuk, Ugrie. Lass uns hier vorne unsere Labogini platzieren, okay? Ja, können wir gleich platzieren, oder? Ja, lass es machen, Ugrie. Machen wir es hundertprozentig. Und davor, Ugrie, ich habe noch eine letzte Idee, was wir auf jeden Fall machen müssen. Wir müssen hier ganz viele Geschütztürme platzieren, okay, Ugrie? Die machen wir hier an unserem Haus hin, okay? Ich mache hier einen hin, zack. Und werde ihn richtig aggressiv einstellen, damit der ihn direkt attackiert. Hier noch einen, bam. Und hier aus machen wir auch noch zwei, okay? Immer an den Ecken, Ugrie. Okay, let's go. Das müsste reichen, Sublake. Ich hole die Bugatti raus. Ey, Ugrie, der kommt in einer Minute, ne? Nein, du müsst aufpassen, Sublake hier. Schnell, Ugrie. Schnell bauen, Ugrie. Ey, Junge, platziert ganz schnell unsere Bugattis. Ey, der eine ist rot und der andere ist blau, ne? Wo hauen wir denn eigentlich ab mit dem Bugatti? Äh, Ugrie. In welche Richtung? Äh, stimmt. Ey, was machen wir denn jetzt? Boah, einfach Bugatti-Shiropp. Egal, Junge, Bugatti kann schon... Ey, wir werden schon irgendwie einen Weg finden, wie wir mit Bugatti dann abhauen, Ugrie. Drei Millionen Diamanten hat er gekostet. Ey, ihr habt ihn einfach uns geschenkt, Junge. Weißt du, ey, ihr seid die besten Freunde. Weißt du was? Wenn er den Eingang kaputt macht, dann flüchten wir einfach durch den Eingang wieder raus. Ja, stimmt, du hast recht. Oh nein, ich war mein Auto kaputt. Okay, es macht mir... Ugrie, was machst du? Ey, pass auf auf das Bugatti-Shiropp. Junge, das ist neu, Ugrie. Wow! Oh nein, Ugrie. Was hast du angestellt? Ich habe keine Autobrense im Lachen. Ja, Ugrie, wir sind in den Fallen reingetan. Was hast du... Junge, Ugrie, mach das Auto kaputt schnell. Was machst du? Oh nein. Was hast du angestellt, Ugrie? Das müssen wir jetzt alles reparieren. Und dann kommt Chase. Wir müssen jetzt richtig schnell beeilen. Komm schon. Schnell, das muss mit dem passieren, nicht mit deinem Auto. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier wieder alles aufgebaut, Ugrie. Wir müssen jetzt erst verteidigen von Chase. Okay, wir machen es, Lucky. Ich bin bereit. Wir werden es schaffen. Aber Chase kommt noch gar nicht, oder? Ich glaube, der hat uns voll vergessen, Ugrie. Der hat uns vergessen. Das war alles so. Bestimmt. Warte, was ist das? Hörst du das auch, Ugrie? Hä? Was soll das sein? Hä? Es ist wie eine Bombe, Ugrie. Wow! Alter! Äh, Ugrie. Oh nein. Der verstört alles. Oh nein. Oh nein. Okay, siehst du das? Ja, wow, Alter. Nein, wie stark ist der bitte sehr? Junge, der macht hier alles kaputt, Ugrie. Ey, lass uns schnell in unsere Basis einringen. Schnell in unsere Basis. Komm, mach dir alles zu, Ugrie. Alles tut er. Der macht da oben gerade alles kaputt. Das ist gar nicht so. Jetzt komme ich rein. Freunde, Alter. Ugrie, wir müssen schnell beeilen. Ey, zieh deine ganze Rüstung an. Keine Chance, so Lucky. Keine Chance. Nimm deine Rainbow-Äpfel, Ugrie. Nimm alles mit, Ugrie. Wir müssen sie jetzt richtig übertreiben. Wir müssen abschießen, Ugrie. Nimm deine ganze Rüstung, Ugrie. Und die Axe auch noch. Bann, Junge. Damit werden wir jetzt zerstören, Junge. Wir haben Raketenwerfer. Wir haben alles. Der hat keine Chance gegen uns. Zack. Junge, ich zieh mich schon mal an, Ugrie. Let's go. Wir haben uns die Rainbow-Rüstung an, Junge. Und jetzt werden wir zerstören, Ugrie. Okay? Ey, mach die Tür auf. Jetzt werden wir keine Chance, Junge. Jetzt werden wir uns zerstören, Alter. Der ist in dem Roboter drin. Ey, was macht ihr? Das hat alles kaputt gemacht. Der ist gerade zu fallen. Kaputt gemacht ganz am Anfang. So. Ey, jetzt werde ich euch ein bisschen gut drauf machen. Warte mal. Warum gehe ich zurück? Junge, es ist voll reingetoppt. Ich will ja nach vorne. Versuch uns doch zu kriegen. Hör, Chase. Was machst du jetzt? Junge, kommst du hier nicht voran? Jo, du Noob, Junge. Guck mal, wir können die Gäste über das Schacheldreste einfach springen, weil wir die ganze Rüstung anhaben. Und weißt du was, Chase? Das hier ist dein Ende. Komm. Und jetzt kriegen wir dich. Komm her, Chase. Wir kriegen dich. Jumg. Ah, Jumg. Ey, okay. Let's sauer. Ey, ich kann auch Laserwaffen. Oh nein, oh nein. Oh, was macht der da? Wow, oh nein, okay. Junge, der schießt richtig viel. Wir müssen wieder aus dem Basis. Wow. Alter, wie viel schießt der Bissler? Ey, mach die Türen zu. Alter, wie krass ist eine Minigun, Junge. Wir kommen da gleich durch. Alter, der ist richtig okay. Der schießt so schnell. Junge, der schießt so stark. Warte mal, ich esse einen Rainbow-Apfel, Junge. Damit kriege ich richtig viel AP. Okay, let's go. Komm schon, lass ihn jetzt attackieren. Ey, da vorne ist er. Jetzt werde ich zerstören. Ja, wir werden nicht sowas von kriegen. Ja, du hast keine Chance. Warte mal, hä? Hä? Chase, siehst du das auch? Hä, das ist ein Knochen. Hä, das wirst du nicht gerne haben. Äh, Leute, ich werde mich gleich um euch kümmern. Aber erst esse ich diese leckeren Knochen. Mann, 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 Mann. Das ist ja lecker, lecker. Schau, das ist der Mann. Warte mal, da vorne geht's ja weiter. Ja, ja, so Lucky, schau mal. Der fällt drauf ein. Ey, der hat den ersten Knochen gefressen, weil ich dir den Stacheln überkriege. Ich bin so aufgeregt. Ja, let's go. Let's go. Das ist ja ganz lecker. Aua. Jummi, der tut sich vor allem weh. Ja, was willst du jetzt machen, ne? Du hast keine Chance. Ich werde zauber. Ich will doch nur meine Knochen essen, so. Lecker, jetzt werde ich mir nicht nochmal eine Falle stellen. Darauf fahre ich dich nochmal ein. Wie, der fällt nicht nochmal drauf rein. Junge, ey, der geht den Knochen lang. Ja, hör da vor, ist der nächste Knochen. Guck mal, Chase, gönn ihn dir. Der ist der Falle, Uckri. Ey, Uckri, das ist unser Moment. Der ist in der Falle. Ey, das heißt, wir kriegen die jetzt, weil der ist nicht zu stark. Unser Moment, jetzt verkehrt die. Unser Moment. Und boom, Batsch. Wow. Wow, das wird ganz zu reden. Oh Mann, Freunde, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Uckri, was machst du da? Junge, komm da. Weißt du was? Ich aktiviere Jetpack, Uckri. Ich fliege nach oben. Bam. Junge, Chase, das kriegst du davon. Und bam. Ich bin nicht aber sauer. Äh, oh nein, Uckri, das ist gar nicht... Nein, ich saue. Ihr werdet euch nicht nochmal versteckt in eurem Haus. Uckri, ich fliege jetzt schnell nach oben. Und jetzt lade ich meine Besuche nach. Und jetzt, Chase, das kriegst du davon. Und bam. Batsch. Bam. Haha. Oh nein, ich bin hier unten. Was mache ich denn jetzt? Da kommst du nicht mehr so einfach raus, höh? Ja, was willst du jetzt machen? Ja? Ich werde jetzt meinen Super-Jump aktivieren. Mega-Double-Jump. Was? OP-Jump. Hey, was macht der da? Ich werde dich aufessen. Oh nein. Äh, Freunde, was macht der da? Lol. Junge, wie hoch kann der springen, Freunde? Alter, das ist viel zu OP. Ey, Freunde, wir müssen richtig aufpassen. Ja, ist der Lucky, jetzt ist der Stolz. Komm schon, wir müssen es hinkriegen. Ey, es ist gerade in der Luft, Uckri. Das heißt, wir könnten ihn abschließen, okay? Warte mal, ich lade schnell nach. Uckri, bam. Nachladen. Er brennt, er brennt, er brennt. Let's go. Junge, ich werde in der Luft abschießen, okay? Und ich muss nachladen. Let's go. Und ihr schießt ihn ab, Freunde. Komm schon. Let's go. Bam. Ich muss treffen. Wow. Let's go. Ich kann mich mehr rein. In der Luft kann ich mich nicht mehr rein. Haha, das hast du davon, dass du ein Mega-Jump machst. Und bam. Getroffen, Freunde. Junge, Alter, der kann doch fliegen, Junge. Der hat ein Jetpack oder so. Jetzt bin ich aber richtig sauer. Hör mal zu. Oh nein. Junge. Haha, ey, du bist runtergefahren. Junge, der kommt da nicht voran. Bam, ich schieße dich ab, Junge. Ok, wir müssen den besiegen. Ok, komm schnell. Junge, ich helfe dir, aber der ist zu stark. Die kann man einfach nicht kaputt kriegen. Bam, komm schon. Schieß ihn ab, Ok. Bam. Junge, der hat so viel Leben, Ok. Junge, der hat so richtig viel auf. Wow. Nein, er hat mich runtergeboostet. Ihr werdet mich niemals bekämen. Oh nein, Junge. Der schießt mit dem Raketenwerfer. Wow. Wow. Ey, er hat mich getroffen, Ok. Junge, wir müssen richtig abholen. Ey, Ok, Ok. Ok, hier nach oben stellen. Schnell, schnell, schnell nach oben. Wow. Ja, du super super jump. Oh nein, er macht schon wieder seinen Job, Ok. Junge, der fliegt hoch. Ey, ist gar nicht gut. Ok, zum Racki, ins Haus rein. Lass uns hier hinterfüllen stecken. Ok, der ist zu stark. Und, äh, warte mal. Ok, meine Rüstung ist kaputt gegangen. Wir haben nicht mehr viel Leben. Oh nein. Meine auch zum Racki. Ey, das ist gar nicht gut. Aber keine Sorge, schau mal, was ich hab. Ich hab den nur super duper alten Raketenwerfer. Ey, Ok, gib den mir mal mir. Hier, nimm den zum Racki. Let's go, Junge. Hä, Lannung wird aktiviert. Oh nein. Oh nein, Ok, der kommt jetzt runter. Oh nein. Ich hab den, ich schieß ihn ab, Ok. Und ich fixier mich auf den. Ja, sie fixiert. Und boom. Wow. Let's go. Wow. Wow, Ok. Okay. Hä, wie, die sieht lecker aus. Leute, die ganze giftige Säure fließt auf ihn drauf, Ok. Junge, wir haben den gleich. Aber. Ok, schieß ihn ab. Let's go, weiter. Das ist ein richtiges. Ich glaube, ich kann mal probieren. Ok, das macht ihm gar keinen Schaden. Hörst du das nicht? Junge, ist der verrückt, Alter? Wir schießen hier mit draußen mit Raketen. Der macht zum Beispiel mal Schaden. Junge, der ist viel zu stark. Ok, warte mal. Trinkt der gerade dieses Gift? Jetzt bin ich gestärkt. Jetzt kann ich euch. Der hat das einfach getrunken. Ok, der hat das einfach getrunken. Jetzt ist der viel stärker geworden, oder was? Unser Adler ist kaputt. Sogar unsere Tür ist kaputt, Bro. Ich kann jetzt hier einbrechen. Was machen wir jetzt? Was heißt das? Oh, das wurde eingeschaltet. Oh nein, das ist gar nicht gut. Der hat den Kettensägen, Ok. Ok, das heißt, wir haben noch eine Wahl. Wir müssen abhauen. Der ist viel zu stark. Und du weißt gar nicht genau. Wir haben hier einen Geheimdang. Der ist verrückt, yo. Junge, der ist viel zu stark. Warte mal, Ok. Wo ist der? 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 Ok, ich komme schnell wieder hoch. Oh nein, oh nein, Ok. Schnell, schnell, schnell. Ok, mach dich schnell witzig. Ok, witzig werden. Oh nein, ich bin nicht witzig genug. Oh nein, ich muss nicht. Nein, ist gar nicht gut. Der riecht uns, Ok. Oh, der kann es riechen, Ok, der kann es riechen. Schießt ihr ab. Ganz, ganz leise, Ok. Ganz, ganz leise, der riecht uns nicht. Oh nein. Oh nein, Abhauen, Ok. Abhauen, 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 Abhauen. Abhauen. Ja, schnell weg. Ah, da, ich sehe was. Dieses Loch, wir wollten mich doch nicht anlegen lassen. Was? Oh nein. Warte, wir haben uns gekriegt. Ok, schnell hier rüber. Schnell, 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 schnell. Hier rüber. Und Ok, jetzt ganz schnell wieder groß werden. Ganz schnell wieder groß werden. Warte, ich muss ganz schnell wieder groß werden. Ich weiß nicht mehr groß werden. Ich habe das Teil nicht mehr. Ey, was hier, Ok. Stopp, sieh und jetzt kommt. Ok, komm schnell. Schnell, geh in dein Lamborghini, Ok. Bab, ich geh jetzt auch. Und jetzt müssen wir abhauen, Ok. Komm schnell. Ey, bevor der uns kriegt. Komm schnell, Ok. Schnell abhauen. Ey, ich muss hier gar schnell weg. Gar schnell weg. Wow, let's go, Ok. Wow, Ok. Ey, ein bisschen abhauen. Oh nein, der kommt hinter uns her. Schnell, Ok, abhauen. Ey, der ist nicht mehr hinter uns. Wir haben ihn ausgetrickt, Ok. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh nein, Ok, ich höre ihn. Der ist noch immer hinter uns. Der ist noch immer hinter uns, Ok. Ok, ich glaube, wir haben ihn abgehauen. Der ist nicht mehr hinter uns. Oh nein. Ok, wir haben ihn nicht abgehauen. Oh nein. Der ist ein Verfolgungsverkehrt. Wir schießen uns alle ab. Ey, schnell abhauen, Ok. Schnell abhauen. Oh nein, oh nein. Ey, Junge, wie schnell ist der bitte sehr? Komm schon, schnell abhauen, Ok, Junge. Ey, aber jetzt kommt der uns auch nicht hinterher. Wow. Alter, wie schnell ist der, Ok, Junge. Warum ist der so schnell? Komm, ich führe Kinder auf und zu. Oh, aufpassen, Ok. Ok, Alter. Wir müssen schneller vorne abhauen, Ok. Schnell abhauen. Oh nein, oh nein. Ich fahre gegen Autos, Ok. Schnell. Äh, Freunde, ich würde sagen, drück schnell auf Stacey, falls ihr mich nicht zusammen sehen wollt. Lass ein Ab und like den Junge. Er ist einfach genau hinter mir. Ok, Junge, abhauen, Ok. Oh nein, ich habe es schnitten. Schnell. Freunde, wir lassen das nächste Video. Lass ein Ab und like. Lass uns auch nichts an. Tschüss, das ist auch ein gekleid. Ihr habt unser Robo-Sanäle noch. Doch, ich habe jeden Tag Danny-Videos. Oh nein, ich habe einen Schnell abhauen, Freunde. Wow. Wow. So, wir sehen das nächste Video, Freunde. Damit wir weg sind.